Du bist wahrscheinlich der talentierteste Strafverteidiger deiner Generation. Alles okay? Ja, du siehst toll aus. Ich hab oft an dich gedacht, du hast eine schwere Zeit durchgemacht. Mein Vater hätte gewinnen können. Dann wäre das nie geschehen. Weil Kilat nicht freigesprochen wurde, haben sie ihn bestraft. Es gibt Dinge, die du gar nicht wissen willst. Was erhoffst du denn dort zu finden? Willst du noch was trinken, Jonas? Ich hab ne Freundin. Luisa? Es wurde ein Umschlag für dich abgegeben. Und wie geht's weiter? Menschen sind wie Tiere. Entweder laufen sie weg oder sie kämpfen und halten dagegen. Also lauf! Also was willst du wissen, Bechmann? Die Wahrheit. Jeisms ist zum Glück. Levis des Chines ist ein es! Vielen Dank.